So, meine Lunge ist wieder gestärkt. Ich kann Weiler Penner vermöbeln. Ah ja, da hinten wollte ich schon mal reinlunzen. Also, Autoreifen brauche ich auf jeden Fall auch. Gut, dann suchen wir mal. Ah! Oh, nice! Ähm, hm, hm, hm. Für elf oder zwölf von 19 Blueprints habe ich schon. Ah, da brauche ich noch ein paar. Stecken die sich? Ja. Scheiße, ich habe Pilz gegessen. Äh, hm, hm. Da hinten gab es wieder eine Knoblauchzehe. Ja, die Snack-Mounds natürlich. Äh, was ist das? König der Creeps. Creeps verschaffen dir mehr Gegenstände, wenn sie ihre zugewiesen Missionen erledigt haben. Ja, mach mal! Hm. Komme ich hier irgendwie rein? Da ist wieder ein Dreierkrüppchen. Gibt es irgendwas interessantes? Nö, den Blutpunkt habe ich tatsächlich schon. Irgendwas frage ich, was ich wollte. Die Knoblauchzähl, genau. Cool stuff! Ich muss hier den ganzen Weg außen rum rennen. Wow. Und ich brauche Essen und Trinken. Ja, okay. War ich hier hinten tatsächlich schon? Ich brauche den Blutpunkt. Ich brauche den Blutpunkt. Ich brauche den Blutpunkt. Ich brauche den Blutpunkt. Da ist er. Hier gibt es einfach gar nichts. Das ist lame. das will ich nicht irgendwo wird es doch noch was geben ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin More bugs are crawling our way! Fuck! We're just getting started! Come on! You punks like a girl! Our bugs incoming! Now I'm going down without a fight! Fuck! 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 When was the last time you ate, Punch? How do you like that, creep? Victory for the creeps! Ui! Ähm... Ich muss ganz kurz lunzen. Wieder da, ist ja draußen auf einmal hell. Das ist schon die ganze Zeit. Und ich muss das leider hier bei mir auch ertragen. Gibt's hier oben irgendwas? Ah! Gibt's hier oben irgendwas? Ich muss das noch mal wegmachen. Nö! Ach! Ach! Schade eigentlich. Jetzt muss ich tatsächlich mal gucken, ne? Wo... Ok, hier oben wäre die Base nicht. Ich... Oh, die ist schön groß. Die wäre schön groß. Ähm... Nein! Ich glaube, da gibt's hier einen Blueprint. Wo sind sie denn? Da kommen sie. Ich glaube, da gibt's hier einen Blueprint. Wo sind sie denn? Da kommen sie. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Ja! So! Drei von neunzehn! Nice, nice! Ähm... Ähm... Da! Ähm... Ähm... Da! Ja! Ich kann das für dich halten! Essen, essen, essen... Was? Ah! Oh, fuck! Wo bin ich jetzt? Dahinten sehe ich wieder was. Irgendwo müssen da Blueprints versteckt sein. Bom, den... How do ya like that creep? How do ya like that creep? Had enough? Das war's. Danke für mich. Ich bin sicher, dass ich den Lieferten verdomme. Keramik, 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 kriegt man rein theoretisch aus Blumenvasen. Ich hab schon wieder Talentpunkte, schön, ertragreiche Ernte, Blitzfäuste. Ach komm, okay, das sehe ich das erste Mal, schön. Ach, die wollen trotzdem so. 91 Cent. Ach komm schon. Warum nur so weit weg? Ich muss zum Teeer. Ach komm schon. Schauen wir mal, wenn man die eigenen Leute umnietet. Hilda, der geht ja ab hier. Holy shit! Das Blueprint haben wir schon. Äh, wo ist denn das Zeh? Dahinten. Irgendwo dahinten. Ich habe ihn. Ne, ne, haben wir genug erstes Mal? Brauche ich nicht? Gab es hier irgendwas? Sag mal, kommst du mal her jetzt nicht hier? Ah, nein, brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Ah, hier, habe ich hier schon reingeguckt? Ja. Ui, das war ja nochmal recht gut. Ah, mal geht's. Ah, mal geht's. Ah, mal geht's. Jetzt wieder Stress. So. Sorry for the trouble. I'll make it up to you, I promise. I'll make it up to you, I'll make it up to you. Ah, mal geht's. Ah, mal geht's. Ah, mal geht's. Ähm. Ich muss in die Richtung tatsächlich. Wo ist er denn? hier, komm, mit dir bin ich schneller unterwegs. Ah, mal geht's. Ah, mal geht's. Ah, mal geht's. Ah. Ah, falsch Richtung. immer noch falsche richtung richtig ja hier war ich doch erst habe ich wieder neue Sachen ach da gibt es Stress ach komm wo ist der andere da komme ich noch draus ich höre dich doch ach leckst mich fett ok wir sind bei der alten Base da wollte ich nicht hin da wollte ich tatsächlich nicht hin das ist ein Fehler hier hoch muss ich ach dieser Ecke ist vorn warte mal warum ist jetzt das hier gelb und nicht mehr das da drüben stopp die greifen hier oben an Arschgegen das ist mein Haus in Ruhe 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 Trinken. Oh, wir haben wieder sehr viel Pappe. Ja, Tab. Das hier müsste aus Holz gewesen sein. Nee, ist auch aus Pappe. Na gut. Ich hätte gern ein besseres Bett, um ehrlich zu sein. Was ist denn das? Pennerherberge. Jo, alles klar. Das da hin. Wo war denn das mit dem Reifen? Hä? Ah, hier. Cool. Äh, bitte, bitte, bitte. Das da. Das hier war es. Füttere Tauben mit Samen und Sammler eine Menge Guano. Aua. Äh. Okay. Steht da vielleicht falsch rum? Hä? Hä? Ich verstehe das Teil nicht. Äh. Ich verstehe das Ding ja nicht. Hallo? Der hat da so eine komische Schniedelöffnung. Das ist doch aber Wasser. Ja. Ich, ich verstehe das nicht. Wollen wir Samen. Äh. Die haben wir doch hier drinne. Alter, dass ich jedes Mal das Baumenü öffnen muss. Äh. Habe ich da jetzt was reingelegt? Nö, ist nun mal noch 38. Ich verstehe das nicht. Egal. Wir haben es erst mal. Das kann man noch bauen. Brauche ich Keramik. Brauche ich Alu? Brauche ich Alu. Das war die Werkbank tatsächlich. Die könnte man hier reinbauen mittlerweile. Ne, wir lassen den Spaß erst mal noch draußen. Erst mal. Wir können aber hier was anlegen. Eins. Oh, ich brauche Nägel. Oh. Wenn es weiter nichts ist. So, die haben wir jetzt auch. Okay. 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 So, eins noch. So, das da würde ich gerne nochmal abreißen wollen. Vierer. Fünfer. So, wie... Wie mache ich denn das jetzt? Hä? Bin ich so bescheuert gerade? Fußboden... Pappfenster, Pappfenster, genau. Ich kann nur den Fußboden als Dach nutzen. Okay. Dann machen wir das. Pappfenster. Ähm... Hier hat man ein bisschen was drin, oder? Heizung, genau. Fahrradständer, die Dosen, ja... Die Nägel kommen auch wieder hier rein. Ähm... Das dahin, das dahin, daraus kann ich was zimmern. äh, das hier rein das hier rein die Reifen oh Gott wollen aber erstmal mit dem Essen mit rein so kann man was zerstören na dann hier gibt es eine Unterführung die kenne ich ja gar nicht so, wir haben schon mal wieder einen Pilz das ist sehr nice ein Federlein aber mehr kann ich hier tatsächlich nicht machen okay ähm hier gab es wieder irgendwo Stress da will ich jetzt mal nicht hingehen ich will die Dinger da kaputt machen hier vorne müsste das sein nee das ist da cool cool ja tauben die explodieren geil das will ich in real life hier ist noch eine äh äh wo denn das ist noch gar keine mehr ich kann mich da jetzt tatsächlich nicht drum kümmern auch da oben ist die Kamera und die anderen sind die auf dem Dach oh nö zum schausten rumrennen äh nö da ist noch eine das müsste noch eine das müsste noch eine sein aber wo soll hier eine sein die ist doch schon kaputt dort lol ist die versteckt so los lasst uns rein ähm äh hallo ah betreten druck didn't lie this is the place pappé 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 die nehme ich dankend an okay was passiert jetzt ich hab deine Mutti gefunden Karl hast du irgendwas ausgebrochen oh lol ok äh äh ein gelbes Geländer hm gibt es hier noch irgendwelche Loots animal testing they sure live up to the evil way name joa ähm gab's da hinter da pappé oh ne 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 die muss mitkommen die die dürfte man nicht liegen lassen ich muss mein Dach zu Ende bauen Wenn du das sagst, Carl, du musst schon recht haben, aber guck mal, ich hab dich gefunden. Hey, das ist mir, ich meine, es ist die gleiche Karte, die ich aktuell, äh, possessiere. Ok. Fertig oder was? Ich muss hier auf jeden Fall irgendwie einen Code eingeben. Warte mal, ich hab grad mal 4 von 6 Hinweisen? Ernsthaft? Na ja gut, ich stell mich hier ganz kurz afg. Mach eine kurze Pause und bin gleich wieder für euch da. Dann spiel ich noch eine Dreiviertelstunde. Und jo, bis gleich.